so wir machen weiter ich bin gerade am überlegen ob ich nicht vielleicht doch eine arena aufnehmen denn ich habe da so ein paar lustige quests schau einfach mal kurz nach wen mein titel interessiert das ist der peiniger der peiniger den habe ich nämlich bekommen weil ich 100 kreaturen gefesselt habe so läuft das bei mir stehe auf fesseln gewinne 3 was es arena spiele ja aber ich weiß nicht ich weiß nicht ob das spielen soll denn die in der arena der die werden sich immer so ich habe drauf aber was soll es ich glaube trau mich mal noch mal so eine lustige versus arena runde genug gold habe ich ja danke danke so was wollen wir nehmen ich glaube ich nehme das da was ich gerade sowieso spiele ja hier kommt der magier der meister des arkanen so schaut's aus gipfelbühne kreaturen in einer reihe mir gefällt aber der schutzzauber besser die sind alle ziemlich geil jedoch hat der hier noch wächter und die kann halt fesseln oder ist jetzt eine richtig schwere wahl die hier ist glüge hält es am bus kostet einen weniger für jede diesen zug beschworene kreatur oder das ist frei auch nicht schlecht mit den zwei teuersten gegenständen aus deinem ablagestapel ja aber wer weiß ob ich ein gegenstand sie vor allem als magier macht das überhaupt keinen sinn ich bin ja noch nicht mal ein kampf magier ja ich trau mich mal nimm den hier die hier gib allen verbündeten kreaturen ein zufälliges schlüsselwort das hört mich jetzt nicht so an irgendwie sind die karten die ich ziehe nicht so der burner na gut ich nehme den hier noch eine hab hier man kann nie genug hab hier haben so eine meiner regeln wo die sind cool aber ich glaube ich nehme zurück ja die ist mir sicherer decke die oberste karte vom deck deines gegners auch und dann nehme ich die hier dann nehme ich die hier ich ziehe eine bla 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 fechter ich habe nämlich halt den oh eine hab hier jedoch will ich lieber den hier dann die hier eissturm füge allen kreaturen drei schaden zu oha und dann nehme ich wieder den da beschwöre am ende eines zuges ein 1 1 da die finde ich schon cool dann noch die hier dann noch die hier was habe ich denn da für zweier karten nicht viele vier habe ich aber auch noch nicht viele das besser zwei vierer wächter ich habe viele starke boah nur allein dieser feuer blitz scheint mir irgendwie ich weiß nicht mach so ein bisschen kontroll schadet nicht der tiger auf jeden fall die ist mir irgendwie lieber die schutzzauberbeschwererin dann aus gründen nehme ich jetzt auch und dann noch den hier noch ein feuer blitz und endlich mal eine waffe für für den tippe hier manikor vielleicht komme ich ja in die runde wer weiß den den hapien kann man nie genug haben schon mal gesagt aber der ist halt auch für ein 1 1 krass krass das ist egal ich habe die anderen gar nicht angeguckt das war mir total egal wenn ich die wahl habe zwischen denen und peiniger des drefs die 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 das ist gut So, wir haben Glück, wir sind als Spider dran, dann habe ich das gute Elixier der Magiker. Das Ding ist immer nur so OP. Ja, der stapelt sich da zur Seite. In der Seite, aber ich hätte auch klüger vorgehen können und sagen, okay, fällt mir aber jetzt erst ein. Ich hätte den Trank einsetzen können und dann den Fächter spielen. Ich höre und gehorche. Euer Blut wird spritzen. Judo anfang. Euer Endernaut. So, jetzt muss ich, jetzt muss ich überlegen. Das ist richtig doof. So, jetzt muss ich überlegen. ich höre und gehorche. Gut, ich gehe ins Gesicht. Weißt du nicht, was ich jetzt sonst noch machen soll? Dann spiele ich noch den Peiniger, noch das, und dann noch so'n Typ hier auf jeder Seite. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können, die Karte. Aber, wenn der Typ nämlich explodiert, dann ist mehr Auswahl da. Oh, das trifft sogar mich. Der ist echt gut. Der ist echt gut. Machen wir das so. Machen wir das so. Ich möchte ihn auf jeden Fall schützen. Ich habe ihn noch einmal. Der Rest geht voll ins Gesicht. Boah, krass. Hä? Die Karte ist ja echt krass. Das sieht immer schlimmer und schlimmer aus. Äh, 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 äh. Schlachterfisch da. Ich würde ihm gerne noch ein bisschen mehr Schaden zufügen. Mit diesem alten Ding steckt noch Leben. Ich möchte es lieber so. Das war ausgezeichnet. Ah. Auch das noch. Haha. Okay, dann machen wir auf jeden Fall als erstes das hier. Dann könnte ich noch... den hier spielen. Oder hier schon mal ins Gesicht gehen. Ich muss mal das hier machen. dann das hier. Und zack, versteckt er sich. So. Jetzt bin ich gespannt. Wenn er jetzt noch irgendeine krasse Kreatur spielt mit Wächter oder sowas. Dann kann ich die immer noch mit, äh, dem Speer vernichten. Natürlich versucht er erstmal Bordklier. Ganz klar. Für was werde ich mich entscheiden? Natürlich ins Gesicht. Ich halte Wacht. Okay. Das bleibt spannend. Einfallsreich ist mein zweiter Vorname. Er hat ihr Gift gegeben. Oder? Nee, er hat sie einfach nur verstärkt. Es sah irgendwie nur so nach Gift aus. Und somit habe ich gewonnen. Das war ein guter Weltkampf. Mit unserem Dienst ehren wir Bühne. Klagt H zu. Hat jemand an meinem Sieg gezweifelt? Jo. Ein Teil komplett. Ein weiterer Schritt hin zum ultimativen Ruhm. Du sagst es.